herzlich willkommen zurück meine lieben diablo freunde heute ist es soweit und schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem kanal grüße gehen raus es ist endlich soweit das lange warten hat ein ende heute um 17 uhr geht's los so gott will wenn die server halten also die wichtigste ankündigung heute ich bin live ab 15 beziehungsweise 16 uhr ich weiß es noch nicht muss man noch schauen ich habe noch andere sachen in backoffice zu tun und aber dann machen wir eine mega party mega event raus ihr kennt ja warming up des urgroßvaters wer mich etwas länger kennt weiß was wir hier abziehen werden und ja während dessen wo wir dann halt warten dass die server kommen werden wir das ein andere noch im chat besprechen bzw die klassen noch mal durchgehen kurz werde das vorbereiten und hoffe ihr seid mit dabei meine lieben deswegen mache ich auch das video ankündigungs video dass ich heute live bin und für euch long time da sein werde also ich fange an mit der klasse zauberin einige haben sich ja schon gemeldet auf die auf das letzte video wo ich gefragt habe welche klassen ihr spielt da gibt es glaube ich schon so ein favorit aber jeder hat so seinen eigenen favorit und deswegen bin ich gespannt wer wie was aus meiner committee spielen wird und thema ist auch dass wir wenn wir es schaffen gemeinsam dungeons laufen gemeinsam die open world bosse machen da gibt es ja aktuell am tag drei termine und den termin heute weiß ich nicht ob wir das schaffen weil erstens müssen die server stabil sein wir müssen drin bleiben in dem server und wir müssen ja noch leveln leveln equipen damit wir wenigstens ein hauch von einer chance haben was zu klären ach ja noch etwas wenn ich es schaffe ein clan zu gründen werden wir natürlich auch klaren tag haben das aber dann näheres im video beziehungsweise live auf twitch und wir werden die nächsten tage wahrscheinlich komatös arbeiten auf diablo 4 ich hoffe auch dass wir die nötige zeit haben werden das ein oder andere zu testen oder auch zu farmen gemeinsam weil man kann ja gezielt farmen in diablo 4 das hat das hat also vieles hat sich ja geändert aber auch dazu mehr wenn ich live bin so das war's schon eigentlich kurz und knapp und bündig ich freue mich auf euch schaltet ein der link auf mein live twitch könnt ihr dann halt unten drauf klicken seite dann direkt bei mir auf dem kanal würde mich halt freuen also bei mir gibt es auch kein scam wegen beta test keys hier dies das nur um die leute in den kanal zu bekommen erstens habe ich keine beta keys und zweitens würde ich die sofort bei mir im discord zur verfügung stellen apropos discord geht bitte auch auf mein discord der link ist auch hier unter dem video verlinkt auch so vorbereitende maßnahmen für den sommer dass wir dann halt die clans auch dementsprechend voll bekommen also geplant sind zwei clans das wisst ihr ja schon erste clan hoffe ich dass wir im sommer in den ersten vier tagen voll haben und der zweite clan dann wird dann voll gemacht wenn die nachzügler die sogenannten nachzügler dann auch ein dach über den kopf haben wollen so ich bin guter dinge ich bin auch sehr motiviert ihr merkt schon ich habe schon hier deutschland trikot angezogen geht vorwärts heute und ja also falls ihr noch irgendwelche anregungen habt beziehungsweise was ihr noch machen gerne wollt wenn wir live sind auf twitch unter die kommentarfunktion hier reinschreiben ich lese mir das dann durch in aller ruhe ihr seid alle herzlich eingeladen wenn ich es schaffe werde ich mit euch allen zusammenspielen also beim boss ist es halt so dass man drei gruppen haben kann also stand der dinge heute information dass man drei gruppen haben kann eine gruppe ist ja mit vier mann stärke ja und mehr mehr an gruppen kann man glaube ich nicht machen wenn man dann schon fährt ganz normal vier mann gruppe und wenn man halt open world den boss machen möchte kann man drei gruppen a vier mann erstellen so da bin ich auch gespannt wie das dann halt alles funktioniert ob das alles stabil bleibt wenn wir gegen den open world boss kämpfen et cetera wie 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 schnell man dort um kippt und stirbt also das wird schon sehr sehr interessant werden ich werde auch tatsächlich einiges aus diesem material als video material für youtube benutzen also der eine andere der dann halt mitspielt der weiß dann halt bescheid blecky kann das durchaus nutzen für youtube das müsste dann halt einkalkulieren so das war es aber jetzt wir haben jetzt aktuell 9 uhr 7 30 das heißt wir haben noch paar stunden vor der brust um 17 uhr sollst du offiziell losgehen ich bin so circa 15 16 uhr da für euch und dann rocken wir dort die party und bin gespannt was im chat abgehen wird und ja küsse euch und lasst euch gut gehen bis dahin denkt daran genug zu essen genug zu trinken dabei zu haben jetzt nicht so lange vom computer sitzen und man hat nicht zu essen nicht zu trinken ja also ihr habt noch ein bisschen zeit geht einkaufen macht ein bisschen shopping meile leer und dann haben wir für das wochenende kühlschrank voll und dann können wir voll in die ja in den grind gehen ja so das war es jetzt aber auch ich gehe raus hier mit einem ciao und mit im au und mit peace haut rein bis später